Zwanziger nach links! Zwanziger nach links! Zwanziger nach links! Also es ist auf die Zwanziger nach links! Zwanziger nach links! Copy in 2 Racks! Follow it! In 2 Racks! Follow it bei Malte! Zwanziger! Ich werde nicht starten Major, ich werde 2nd Racks! Oder so! Ich werde Sergeant Major der Kapitel! Von mir aus! Traffes Schmutz! Einer reicht mir schon! Einer reicht mir schon! Einer reicht! Ein Stargette Major! James Hopper's Series Schmutz! Bitteschön! Ja Tobi ist jetzt gut! Und jetzt möchte ich diesen Satz von dir nicht mehr hören! Harpers Ferry ist nicht gut! Wen? Kein Satz! Harpers Ferry! Und irgendwelchen... Harpers Ferry ist eine Stadt! Ich bin vorne! Aussie! West, bitte! In der Ossie! Low Ridge! Aussie nur für die Dienstes Exit! Harpers Ferry! Da gab es noch eine Watt! Da gab es noch eine Watt! Da gab es noch eine Watt! Da ist eine Dicke! Fettelücke! Ich korrigiere Battalion! Okay! Fix! 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 Ich will Nachhealer an, Scheiße! Okay, gut! Wir müssen jetzt Arbeitslösen! Ja! Oh! Mit B! Warum sind wir denn jetzt Battalion und keine Kompanie mehr? In Place! In Place! Weil wir A und E Kuppe sind! F8! Du brauchst die nicht zu drücken, Lex! Ganz ruhig schön in die Reihe gehen! Ich muss auch hin! Okay, Loss! Das hört sich mal richtig verkehrt an! Ja! Ich muss auch noch in die Reihe! Weil... Die Reihe sieht nicht gut aus für mich! Einmal links anschließen! Das fand ich schon! Fließ dich einfach hinter mir an! Scheiße! Ja! Das korrigiert sich! Ja! Dann passt das! Jetzt freuen wir, der hier ist! Ui! Nur zur Info! Das CO-Punkt kannst du jetzt aus dem Tech rausnehmen! Das wurde durch das TB Minus ersetzt! Oh! Ja, guck! Dann müsste es aber TBB heißen! Du... Bitte schieß mich nicht! Ja! Jetzt sind wir nur das Toast Battalion! Toast Battalion! Toast Battalion! Toast Battalion! So zum Beispiel auch die 52ste! Und mit dessen... Wollen wir nicht Hawaii Toast draus machen? Battalion besteht normalerweise aus 10 Kompanien! Beantwortet das deine Frage? Ja! Gein! Ich höre Google! Ui! Man müsste jetzt aber genau nachschlagen! Ob das denn 10 Kompanien... ...eines Regiments sozusagen wäre! Dann habe ich gar nicht! Wir müssten eigentlich... Erst Religion, Zweite Zenturie und so weiter! Ach so! Natürlich! Formations-Schildkröte! Oder Kugelfisch! Warte! Ich mach jetzt den Gelben vor Ort! Schildkröte aus zoologischer Sicht! Ich mach den Kampf! Kommt das an eine Schildkröte ran? Nein! Fängt es um 40 eigentlich an? Oder wie ist das? Sie, Senior! Ja, aller aller! Es gibt da immer so einen ganz tollen Timer! Damit die Leute alle sich aufstellen können! Sich besprechen! Da ist jemand im Ready-Lexen! Einmal einfach... Im Normalfall würden wir schon fast seit einer halben Stunde spielen! Aber heute gibt es irgendwie viele Verzögerungen! Versaillung, Senior! Aber das Quellings-Ding ist wirklich... ...nicht schön! Ist das hier? Wollt jemand auch dieses... ...bizwische? Die sind doch nur zwei Mann mehr... Naja, drei! Maryland Heights? Nein, der Wut verdient! Gory, gory! What a hell of a way to die! Toll! Halt, stop! Heute sind sehr viele! Mir kommt so vor, als ob ich hier irgendwie ein bisschen... Wenn ich nach da gucke, habe ich irgendwie FPS-Lags! Aber wenn ich da gucke, ist es nicht! Holy shit! Warum habe ich hier FPS-Einbrüche? Wo ist der? Ja, tut mir leid! Ich kann in die Richtung nicht gucken! Aber der Feind kommt sowieso aus der Richtung! Glaub ich! Hoffe ich! Ah, wir haben sogar zwei Spectator! Das ist gut! Wie ist das jetzt gelöst? Nö! Klickt man noch nicht mehr gelöst jetzt! Wir haben drei Spectator! Das war's beantworten, ja! Jehova! Ja! Ja! Hallo, Edmund! Hallo, Edmund! Major! He is trampling out the vintage... ...where the grapes of... ...shoulder... ...shoulder... ...arms! Wir haben ein Lemuel bei uns! Das mache ich jetzt nicht, um dich zu ärgern, aber weil die Zeit fast um ist! Right face! Right face! Right face! Das ist überhaupt der Plan! Tobi! Ja! Ja! Wie? Was ist überhaupt da? Du standest mal in Scheiß... Oh mein Gott! Erschieß mich bitte hier, Mann! Okay, ich mach das Major! Ja, ja, ja! Die Zeit... Ja! Minus 10 Sekunden auf einmal! 5! Ich finde, was wir das sollen? 1! Live! Keiner traut sich! Seeper, Timmerfer! Someone's recording! Schnell! We can have! Company! Balfotts left! Balfots left! Balfots left! Good luck! 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 Was ist das, kann man das essen? Elektraten kurz C antippen in den Double Quick Oh Äh, die Victor gleich mal von der Lippe der Seite von Ich will mit dem Vordermann kuscheln, Alec Jetzt ist das Lippe der Vorgehen Ja, aber nicht, Forward Forward, March Sorry, ich musste kurz ne Motte zertreten Der Beber hiebt aber nur Wow Prepare to Left Left face Left face Für euch zur Information, auf der anderen Seite des Walds Es ist genau ein Durchgang für den Feind Fist Prozzi ist nicht Deswegen bin ich ja nur so gerade eben im Kopf drüber Ja und Tobi ist auch da, weißt du Können wir gleich die Fahne hissen Ready, ready Heißt Flagge Ähm Das Fahne Süd, Südost im Wald Schritt nach rechts Das ist noch nicht unsere Baustelle Schritt nach rechts Auch nicht Oh, Meta kommt, Meta kommt Ähm Mr. Weber Ja Ja, wir haben einen Regiment auf der rechts und zwei auf der links Okay Ja Just report Zweite, Südost, Süd Wir ranken, Schritt nach rechts, sind für die About face About face Un-80-Katrio New den Linkenboos Take A A Südost Was ist denn das? Das war die falsche Schulter Hey Far Beim Haupt Reload 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 Ja, die Stadt, auf der Wurden wir sagen, dass du lieber rechts und rechts Rechts von uns Wenn du jetzt nach rechts guckst, spawnen die rechts und dann... Ami Und schon geht's los, schon wird rumgeballert Robi, du guckst, schön nach... Hm Einen drauf zu Take aim Take aim Take aim Fahr Reload So ein schönes Ziel So ein schönes Ziel 350 Arzt würde ich sagen Uh, die haben aber ordentlich was getroffen da unten Ja, die chargen aber, glaub ich, die Feinde Oder? Ne, die stellen sich auf Oh, das ist jetzt ein gutes Ziel für uns Take aim Load Hey, 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 hey Fahr Regler Frage, Bajonett auf Borde Entfernung Äh... Hätte... Ne, das ist ein Speer, oder? Das Bajonett, äh... Bringt dir halt ein bisschen mehr Gewicht auf die Waffe, ja Da kommt noch mehr Ähm... Dadurch zappelst du ein bisschen mehr rum beim Ziel in Norberus, geht schon Könnten natürlich nicht kommen, wie es ist Take aim Hey Wie sag ich meinen? Take aim Fahr Reload Unsere Verbündeten werden, glaub ich... Gecharged Die haben unsere Fahne verloren Großartig, da ist der TGV-Recrupp nicht drauf Sie kommen Westen Reloaded Äh... About Face About Face About Face About Face Quatsch... Gar nicht mal so weit weg Ähm... Take aim, left or bleed Take aim, left or bleed Links oben am Hangen Feuer Nicht einsichtbar für... äh... für mich Nicht einsicht... Ja Nehmt dir die Leute, dann dreht ihn dir nach rechts Also... so dass du Richtung Lücke guckst, wo die 51. stand Wo stand die 51? Da unten Okay, hinter dir, wenn du so willst Hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir Ja Ich... Schöne Arme Schöne Arme Schöne Arme Schöne Arme Und hier Wir sind 20 Hop hop Melek Hop Haltet die Abstände gleich! Tschüss, gerne! Robert! Hopp hopp! Launch! Launch! Schieß, Freunde, schieß! Oh ja! Lauft! 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 Zurück! Nicht hinterher! Ui! 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 Witte! 20, aber außen ein Fall! Achtung! Nein, komm! Oh Gott! Independent Fire! Independent Fire! Genau! Wir kriegen Verluste, Achtung! Nach rechts an den Ball! Ich stehe alle an! Komm schon über den Ball! An den Ball, Jungs! Uh, Hans! An den Ball! In the Parrot Fire! Das sind ja noch welche! Ehh! Da geht's! Ah! 20er! Cease Fire! 20er! Cease Fire! 20er! Cease Fire! 20er! Cease Fire! Der Major ist tot! Ja! 2 Ranks! Ich hab's voll in bei... Wer rum das war! Ossi! Los! Aufbomb! Aufbomb beim Ossi! Nicht mir folgen! Los! Mach die Linie vernünftig! Drück T! Eine Linie geht nach rechts! Eine Linie geht nach rechts! Schriftet ihr oder wir? Wir können hier stehen bleiben! Wir schießen auf den Hut! Drücken! Wir schießen auf den Hut! Ähh... Bind ist... Ok, der ist weg! Er hat sich bewegt! Major ist zurück! 50 Seconds nach rechts rüber! Wir sollten hier halten! Weiter in die Linie! Wir könnten hier die Renauts nutzen und zwischen den Renauts und... Gekräusel da auf vorne wegholen! Da rechts! Müssen wir es verladen? Oder müssen wir es wieder gucken? Gegner sind Südwest zu West hinter den Renauts aufzuhören! Wir können sie nicht nutzen, um vorzurücken und sie da rauszudrücken! Na gut, Chobi nennen sie den Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen-Rumpen Den kann Jungs schießen, wenn er geladen wird! Um und charge! Ihr habt geladen, ihr wird schießen! Warne rennt weg! Da sind sie! Es sind nur zwei! Knallt den weg! Knallt den weg! Watch out for Teamkits! Tötet den Fahnträger! Er schießt die im Fahnträger! Ich mach das! Und schießt daneben! Ist tot! War meiner! Tobi! Neue Befehle! Meiner! Zwanziger Jungs, formieren! Formieren! Mal hier hinter dem Ball wieder! Hinter dem Ball! Auf die Links des First Sergeant! Nee! Nicht des First Sergeant! Kommt erst mal ran! Kommt erst mal über den Lügel! Dann formieren wir uns! Auf meine Links ausrichten! Auf meine Links! Ausrichten! Auf die Links vom Sergeant Major! Auf die Links vom Sergeant Major! Jetzt Right Shoulder Shift! Dann seht ihr mich besser! Meine Links! Kommt mit Battle Line auf! Battle Line auf! Zwei Mann hintereinander! Viele viele nebeneinander! Dinger nach unten! Hier kommt Chris! Tschüss aus dem Wald! Richtung Süd! Südost! Zwei Mars! Ganz andere Ende der Linie! Wir bleiben fassen! Chris! Für die Eilat dann nach! Unten wo wir eben wieder steigen! Jawohl! So verstanden! Battalion Shoulder Arms Right Face! Shoulder Arms Right Face! At the Quick Time! Arribour! 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 Na gut! Er müsste weiterhin 20er SS. Ich! Arribour! 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 Mal die Folger! 150 bis andere As! Südwesten! Westens! Eine Artie! Im Wald! Ich hab grad die Schüsse vom Kälte gehabt. Anhalten! Ho! Ho! Warum kommt da ein Mann? Ich würde erst mal anhören, was er sagt. Diese schönen roten Hosen. Was ist das? Was ist das? Weber? Ja? Feinternet oben noch hinter der Verstandung. Keine Ahnung. Da hältst noch die 51. oben aus. Okay. Noch haben sie im Griff. Aber habt ein Blick drauf. Wenn ich sag was das mit der Fahne ist, dann sollte man die 52. wiedergeben. Äh... Ja? Hans? Jawohl! Einmal Richtung... Wo auch immer die 50 Sekunden ist. Nordwest. Einmal Richtung Nordwest. Lass sie nicht ablegen. Du hast den Armband einfach erschossen. Aber richtig schön in die Brust. Ja, die schöne rote Hose. Ist das schon? Jetzt weißt du, um sie rot ist. Ey, Tobi! Fällt dir aus an den Eichen hier unten drauf? Ich glaube, ich seh dich. Der biegende? Achso. Strohhut. Schlauern zur Hose. Fette Bar. Verdammt! Ich muss ja... Du dürfte sogar sagen, dass hier Suava-Einhalt ist. Das ist die Suava-Einhalt. Zuzuzu! Zuzuzu! Zzzz! Mit dem Astragons. Halt's doch Jungs. Irgendwie Südost haben sich irgendwie auch das überlegt. Die Schall... Ähhhh... Tobi, schnapp den mal wieder aus hier. Und dann gehst du mal Richtung West-West-Schall. West-Nordwest. So verstanden. Ost-Nordwest. Ich bin hier. Hälfte sein. Hehehe. Ja, Alter. Weber. Einer der Scout. Südost. Südost. West-Läuft. Vor der Baumkarte. Will ich nur einer? Ja. Ich seh'n, ehrlich gesagt. Das war die 50. Kunde. Dann bin ich heute blind. Er ist nach links hoch. Nach links hoch. Nach links hoch. Da. Ähm. Hm? Ja? Nach links in Berlin. Nach links in Berlin. Fahr' nicht für dich, Malte. Nee. Aber er hat gerade gesagt, er ist zu mir. Zu uns. So lange die Garibaldi-Fahne da oben dreht, ist alles gut. Bleib beide Fahnen oben, filmt die First Charged Card rein. Right face. Right face. Let the double quick forward march. Let the double quick forward march. Hopp hop hopp. My company into line. Into line. Company out. Hold. Independent fire. Independent fire. Independent fire. Wir haben freies Feuer. Wenn ihr was seht, boostet es weg. Sauber gezielte Schüsse. Aber nur auf der Gefälle. Sind doch keine, ja. Warnen links vor uns. Äh, direkt vor uns. Fies, 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 Fies. Fies, 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 Fies. Hopp, Jungs. Let the double quick forward run an die Ball. An die Ball. An die Ball. An die Ball. Independent fire. Kommen wir an die Ball. An die Ball. Halt dich weg. Mach Platz für die, die geladen haben. Mach Platz für die, die geladen haben. Mach gleich das rite-billium. 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 Für die, die geladen haben. An die Ball. Bisschen weg. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey, nein. Bisschen mehr, dass man halt will. Auf die Links von B, mehr aus Linken, Jungs! Kommt Jungs! So, da haben wir schon was Schlimmeres hin. Kann ich gucken, wie viele da noch sind? Sie ist Feuer, Left Face! Sie ist Feuer, Left Face! Showdowns! Major, der Capstone. Darf ich ihn erlösen? Okay, nur empfohlen. Nicht nach hinten gucken! Laufen! Independent Fire! Was soll das? Hinter uns! Höh? Blick Richtung Nord! Blick Richtung Nord! Blick Richtung Nord ausrichten! Blick Richtung Nord ausrichten! Zeig Christoph Nord ausrichten! Guard against! Guard against! They're coming! Die georgen! Da ist mein erster Tod! Ich sehe gerade, dass ich mein Dings gar nicht habe. Mein Vodka! Obwohl, warte mal, ich habe noch einen Schluck Jägermeister. Ich trinke erst den Jägermeister leer. Oh ja! Ja viel! Scheint aber so auszusehen, als ob wir gehalten haben. Oder anzuhören, sagen wir es so. Denen tue ich ja nichts. Das ist gut! Nein! Wenn du jetzt hingehst... Situation ist klar! Wuh! Zwanziger, bewegen! Auf deinen Links, Moogle! Auf meine Links in Two-Rank Holland! Boah! Wo sind die Links von Moogle? Moogle! Moogle! Nicht Malte! Wer steht? Reloads and Bajonets! Vergesst das Bajonet nicht, Jungs! Schoni, Bajonet oder... Macht er, macht er, alles gut! Ja, kann ja auch sehen, dass er bemünt sich körper! Nee! Seht nochmal aus, weil... Ich stand halb in jemanden drinne! Alles klar! Uh! Und Team kills wieder! Gut, dass ich das nicht sehe! Ich würde ausrasten! Ja! Gut! Kommen die! Right Face! Right Face! Forward March! Forward? Ja! March! Ja, los! Ja! Aber... Wir... Kommen jetzt mal her zu mir! Erstmal zu mir aufschließen! Die kommen ja alle hinter uns raus jetzt! Aua! Bewegen! Na gut! Bewegen! Hinten anschließen! Hinten anschließen! Anschließen! Erster anschließen, bevor er nachladet! Das ist wie ein Zug! Wutut! Äh... Das kann irgendwie überraschen, dass er rüber rinnt! Jetzt sind wir immer wieder alles! Das Sergeant, übernehmen Sie! Mhm! Ich würde gerne außen laufen, aber darf er nicht! Also... Ich kann gar nicht nachgeladen! Echte Reihe außen! Laden, Bayonette! Ich hab echt gedacht, dass ich ihn nachgeladen hatte schon! Wo wir rausgegangen sind, hab ich mir so ein bisschen anders vorgestellt! Ja, irgendwie schon! Der Plugger gespawnt! Ich hatte das Bayonett zur Hälfte drauf! Tobi? Wer ist denn... 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 Wer ist denn auch am Server? Walter, hier kannst du das! Ja! Add the double quick! Add the double! Add the double! Add the double! March! Im Sprint aufschließen, haltet die Lücken klein! Lücken dicht auf! Mit Sprinten aufschließen! Kommt ihr kennt das Spiel! Ja! Puscht! Einmal eins von unten oder was? Ja! Und dann kriegen die da hinten ein bisschen rausgedrückt! Das scheint auch fein zu sein! So wie die da hinten anschließen! Ja! So lange die da hängen! Dann wird schlechte Karten! Ja! 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 Das ist nicht zu früh! Wir haben noch ne Runde! Aber so fallen wir nicht so auf hinter der Ligie! Dann gucken wir am Spitz nicht raus! Dann fallen auch so auf, weil die Wüte rausgucken! Einzler oben auf dem Wal! Ich wieder ohne! Ne, warte mal! Das sind mehr Außenwal! Die Chargen oben dem Wal! Kann das sein! Die Linie auf den links und in der Mitte! Independent! Linie auf deine Links Funktion, ich hab nicht! Ja dann mach mal halbwegs hin! eine halbwegs linie machen und schießen independent fire saubere gezielte schüsse kein feinkontakt doch da steht noch was noch mehr treffer da stehen noch ein paar sie ist feier minimal aber nicht schön zusammengeschossen wir haben nicht einmal auf uns geschossen doch wir haben einmal weiter vor ich gucke gerade na boi eigentlich geht hier ganz gut gerade soll ich mal voraus gucken toby kommt mit christian kommt an aufrücken lasst mich durch lasst den dicken toby durch james hat mal wieder alles blockiert und blockiert immer noch was denn? jams jams warum ist jams eigentlich quatermaster social und james nicht? die teilen sich die posten was? die teilen sich die posten die teilen sich die posten aber merkt ich höre den wind bei dir rauschen chris chris ist auf dauer schalten ich für mich kommt schon mal vor wer hat ein Auge links Ossi? ich habe mhm ich gucke auch schon ab und zu mal ich stehe hier auf dem wall ja echt so viel mehr Auge desto besser ich glaube der Wald hat es komplett abgesagt ich glaube doch Ossi? ja ich äh also Blickpunkt Zaun da vorne halte ich ein Auge ja kreerungs äh left face shoulder left face right right links Linie auf offenes Feld Süden große Linie große Linie siehst du die auf dem Berg? auf dem Hügel da? ja ja ich lese wir wollen uns umgehen und los 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 rande 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 jungs hop hop rein deiner Linie schnell und links ein rein gut wir fahren Achtung! 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 Hallo! Achtung! Hallo! Maitre! Oh, nein! Sie ist feiert! Sie ist feiert! Sie ist feiert! Sie ist feiert! Ja, feiert hinter uns jetzt! Südostost wahrscheinlich schon! Ja! Holy shit! Right Dress after reload! Schnell die Formation wieder her! Sie kommen wieder! Left face! Schöne arms! Left face! Schöne arms! I've had left march! I've had left! I've had left! At the double quick march! At the double! At the double! At the double! Er war eine dezent große Linie! Ohne Fahne! I've had left! I've had left! I've had left! Wir gehen hier mal durch! Wir gehen hier mal durch! I've had right! I've had right! Elle��는 P sinking in debt! Run! Da kommen sie! Was tun sie schon weiter!? Die stellen sieglab iich hinter den Steinen auf? Ja! Sie stehen hinter den Steinen ... Right face! Make ready! Take aim! Take aim! Fah! Reload! Ah! Sarge! Ah! Chris! Ich hebe sie auf! Alles gut! Schnuffeltuch am Boden! Die Knieder knien welche! Take aim! Hey! Der 50. kommt von Nord-Ost Reload! Reload! Wir schießen volleys! Aua! Melde Verwundung! Karrasarge nach Boden! Komm, klopfen Melde gleich zu uns! Ach, sehe ich! Wir müssen noch zwei Leute! Ich sollte nicht mehr trinken! Oh, boah! Egal, Jägermeister ist weg! Jetzt muss ich noch auf meinen Vodka zurückgreifen! Ah, mir tut alles weh gerade! Oh, mir schlafen bzw. gar nicht geschlafen! Oh, shit! Oh, shit! Ah! 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 Okay! Habs überlebt! Kot der Karrasarchen zu mir zu kommen! Ist er Isa es am Schluss, war hingefallen tapi wir & Er hat sich hingevorforfen! Damit ich nicht abgekn narration werde! Gehen den Matsch! Gehen es genug Körper über die Feder noch! Co. bounce! Die jubeln. Ich hab Angst. In welche Richtung? Ich glaub zwei habt ihr weggeteilt. Gut so. Zweimal mehr als Null. Wenn das nicht so viele sind, warum pushen wir die nicht weg? Weil wir so ein bisschen jetzt schwarzen. Das hat man gerade gesehen, wie er griffen. Aber da haben wir flankiert und auf einer Einheit geschossen bzw. mit Einheiten gekämpft. Melder kommt. Zwei Flaggen im Süden, Verstärkung kommt rein. Einheit im Süden, Linie im Süden, Linie im Süden. Ja. Ich habe eine Message von Venom. Venom braucht ihr euch, die Leute aus den Rücken. Weber, nochmal Linie im Süden. Close. Wir hatten eine enemy Line im Star. Oh! Rise up! Rise up! Rise up! Rise up! Das mit dem Close, das war kein Scherze. Einsichtkontakt. Der Obers Aufwand! Beide fahren, zusammen bleiben Jungs! Auffassen auf Teamkills! Auffassen auf Teamkills! Benutzt Tee, wenn ihr an die Stochen seid! Ich hab doch gar keinen Jägermeister mehr! Ich muss meinen Wodka jetzt aus dem Kühlschrank nehmen! Sorry! Entschuldigung! Ich hab noch gar keinen Schluck genommen! Dauert eh noch 20 Sekunden! Zähne! Hört bitte auf den Feuerbefehl! Ja! Nicht vorher schießen! Genau! Sonst haben wir den Feuerbefehl nehmen nie mehr! Ich glaube da unten sieht das nicht so gesund aus! Oh, das sieht ungesund aus! Die gehen auf die 1.50! Jawohl! Auf die Fahne! Auf die Fahne! Auf die Penner da unten! Old Ape! Nicht in die 1.50! Auf die Fahne! Ich bin jetzt Anti da! Rühnen bitte mit den Helgen! Wir sind nicht Schimpf! Dann wahrscheinlich! Jungs im Wachen Rühnen! Laden! 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 Ihr seht den Haufen bei der Fahne! Oh ja, geil! Höchstens an der Kommand? Jo! Der Game! Nehmat! Zwanzigste, wir bleiben erstmal hier mit der 52er. Wir haben unsere Kameraden. Käpt'n wieder da, Käpt'n Kommand. 51st, grab your flag! The flag is in the dirt. Alright, wir klärten eine auf, wie viele da unten noch sitzen. Auf die Scouts? Ja. Kasanova! Sim! Sieger! Was? Wo ist Weber? Ja? Wer drauf geht? Wo? Das war alles? Was links rausgekommen ist, das war alles. Was links rausgekommen ist, das war alles. Was sind denn Top 10 Mann, oder was? 10, sie finden direkt die Bande. Die Bande feier! Oh Gott, oh Gott! Die Bande feier! Die Bande feier! Die Bande feier! Hussar! Nur die hinten weg! Los, 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 los! Hussar! 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 Das war ein Teamkill. Ne, doch nicht. Okay. Gute Arbeit! Hussar! Hussar! Komm, genau, durchsprechen. Aufpassen! Hussar! 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 Das sind zu viele, ich spawnen an der Base-Armeen. Hussar! 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 Schließe mich euch an, bis ich meine Einheit gefunden habe. Schließe mich an, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe. Schließe mich an, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe. Schließe mich an, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe. Schließe mich an, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe. Schließe mich an, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe. Schließe mich an, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe. Schließe mich. Schließe mich an, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit gefunden habe, bis ich meine Einheit verknüpft habe. Schließe mich. sells die Einheit Looking. Ich vermisse meinen Tito als Leitschütze. Ich reibe mich neu ein, weil das war für mich ein bisschen chaotisch. Sankturo, du bist im Right-Shoulder-Shift. Genau das gleiche wie Skorpi. Ich will noch mal eine Salve auf die Steine geben. Make ready. Make ready. Das kam von hinten. 20er, Neal. 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 Pusht er jetzt unten noch? Ja, die pushen jetzt. Die 51er pushen jetzt. Das ist nur ein Fleischwunder. Frank sagt ja, nein, aber ein Sarge-Shift verfällt doch. Die 51er charged. Die 51er haben die von den Sternen vertrieben. So ist das ausschaut. Ja, ist ja gut. Ein Lauter. Schilder. 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 Easy. Schilder. War's. Schilder. Schilder. Hoce Schilder. Schlechte Erfahrungen mit uns. Ja. Ich glaub, das hört sich aber nicht daran, hinten an hier nochmal rein zu rennen. Weil, wie wir alle wissen, ist der Tyrannis Rebellis ein sehr großer Idiot. Der hat nicht viele Denkbeleistern. Das wollen wir nicht wieder suchen. Das sagen meine Eltern auch immer, aber nicht. Ihr könnt auch mal Fritz sonst fragen. Da kann ich bestimmt einen Vortrag gewählen über Sapiens zu Denzel zeigen. Wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt. Ja, kann ich. Für 5 Paoren gebe ich euch jemals eine Flasche mit. Ich bin gleich wieder da. 5 Paoren. Ich hol mir Ohren. Weck ich. Das Gebet. Nein. Habe ich beleidigt. Auch Informationen über den Majorus-Majorus-Majorus. Majorus-Majorus. Gebet gewünscht. Bitte ein Exekutionskommando. Das bleibt haften. Melde mich freiwillig. Das bleibt haften. Majorus-Majorus. Majorus-Majorus. Das ist hinter uns. Ganz weit hinten. Wir kommen da ja. Ja, der ist raus. Der ist raus. Das war ein Laufens. Laufens zurück von denen nachrichtend zu fest. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich sehe noch eine zweite Flagge. Alle sind sind vorne Linie. Ja, geht auch links. Die direkt in den Süden. Wollt ihr nicht angreifen bei 4 Minuten. Heiß hier. Ich gehe die 51st unterstützen. Okay. Da ist die zweite Einheit. Da ist die zweite Einheit. Die Scouts kommen zurück. Die Scouts kommen zurück. Wir haben jetzt zwei Einheiten im Süden. Ja, ist bewusst. 50 second geht runter. Die dritte schiebt auf. Die dritte schiebt auf. Die dritte schiebt auf. Alle drei gehen runter. Die kommen gleich in Masse gecharged. Die müssen. 4 Minuten noch. Dieser Trick von denen ist. Viel Erfolg euch. Ebenso. So flakieren wir die halt wieder. Das ist auch wieder vorbei. Das ist voll krass. Die Leute da schießen. Ich glaube die da kommen durch die Mitte hier. Die wollen durch die Mitte, ja. Malte alte Position wieder einnehmen. Annet. Los, los, los. On your feet. Tempo 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 Tempo. On your feet. On your feet. Schau da. Schleller. Los, los, los. Lass dazwischen. Lass dazwischen. Lass die Formation aus und da rein. Die Formation auflösen und in die Bucht. Dann independent fire, wenn da stehen. Schießen wir. Auch auf die da unten. Major tot. Major tot. Major tot. Tötet sie. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen rübergecharged. Guard against. Guard against. Guard against. Uff. Backenball. Sack. Da misst ich hart. Ha. Stirbt ihr scheiß Rebellen. Ihr habt nix in unser Land verloren. Geht nach Hause. Du kriegst nix. Du kriegst nix. Du kriegst nix. Schön, lass sie nicht durchbrechen. Ich kann doch nicht treffen. Halte den Stand. Haltet die Linie. Wir haben die Wasseraufheilung drüben. Ja. Kämpft für die Union. Haltet die Union. Komm, Jones, komm links. Immer noch einen Verein zu uns. Komm, nix. 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 Zu stark. Oder zu hoch. Oder wie auch immer das sagen ist. Komm, nix. Weiter feuern erst mal. Da kommen einige Randoms von West. Die kommen gleich von hinten. Ja, rein. Stefan, Lost, Fitz. Wollern einmal entsetzen. Wolle. Da kommen gleich welche hinten. Ich bin hier ganz hinten. Ja, da kommen gleich welche hinter dir. Ja, Niklad gerade noch. Zu Ende. Ja, die Fahrer läuft weg. Sankturo, guck auch mal mit da hinten. Eine Fahne. Ne, die kommt wieder. Eine Fahne, lass die Fahne. Ja, da sind sie. Ja, da sind sie. Heißfeuer. Schöner Schuss. Danke für den Arschluss. Ich glaube, ich habe jemanden gekillt. Ja. Meine Waffe ist nicht defekt. Da hinten ist noch einer. Ich habe einen Kopf gesehen. Melek, Mugel. Ich sehe noch einen der Glieder. Bitte. Er steht auch. Bitte wie? In die Buchte hinter mir gehen. Wohl. Er zielt. Er hat nicht getroffen. Ich kann ihn nicht einsehen von meiner Pose. Wohl. Sollen wir ihn da raus holen? Wohl. Schön. Wohl. 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 Wohl! Wohl. Wohl. Wir bekommen einen weiteren Straggler hinter der untere Seite. Er hat sich gleich erledigt. Er ist aktuell leer. Er läuft. Er läuft über Qu為os gescheiß Feld. Rufe weg. Wer trifft ihn? Jungs, du lasst ihn immer treffen. viewing absolutอะ fato. die italiener rennen wieder zurück den berg unter südwest die kommen independent feuer hinter uns hinter uns wird gecharged da sind ein paar schöner schlag hier ist noch einer hier ist noch einer scheiße ich habe ein team gemacht was geht ab da ist ein scheiß revolver typ weg mit dir er ist weg aufpassen auf teamkits aufpassen auf teamkits nein ich hab's nur überlebt was eine chaotische schlacht hei poole danke fürs einschalten